Was soll hier entstehen? Die großen Wasserflächen der Havel sind typisch für den Bezirksspandau. Entlang des Ufers entstehen zahlreiche neue Wohnungen, so wie hier auf der Insel Eiswerder. Im Südwestteil der eins von der Industrie geprägten Insel entstehen acht BR-Farrierenhäuser und ein Hochhaus mit über 115 Wohnungen. Untertitelung des ZDF, 2020